Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir sind im Winter Wunderland angekommen. Vielleicht treffen wir unterwegs den Weihnachtsmann und seine Wichtel. Auf jeden Fall scheint es hier neue Gegner zu geben, garantiert, oder? Die irgendwie nichts von uns wissen wollen. Ach ja, die Schildträger. Gibt es auch als fliegende Variante. So. Sind aber allerdings nichts, oder ich stark, wenn ich das so anmerken darf. Gehen wir mal gut, gell? Und wenn ich wüsste, wie, könnte ich sicherlich auch einige Dämonen-Szene von ihnen kriegen. Die erinnert mich, irgendwie hat die Trommler. Au. Nur, dass die auch an der Oberfläche angreift. Ja, aber wenn ich sie zerschneide, bringt das leider nicht viel. Ja, Schaden habe ich nur. Grün. Weil ich jetzt zweimal von denen getroffen wurde. Aber egal. So. Ich wollte wieder nach hinten ins Dojo. Unterwegs Schneehügel zersäbeln. Könnte ja was drin versteckt sein. Schafe habe ich gefüttert. Da ist eine Truhe, die ich schmelzen kann. Mit einer Perle drin. Yay. Und noch mehr Gegner. Oh nö. So eine Wurst. Au. Der kann einfrieren. Was irgendwie klar gewesen ist. Also, den da kennen wir auch irgendwie. Also, die Art von Gegner. Sie sind schon ein bisschen ähnlich wie die Dämonen aus dem ersten Akt, sage ich jetzt mal. Also aus den... Aus der Taka-Ebene. Nicht aus der Taka-Ebene. Aus dem Shinsu-Feld. Hallo Füchse, euch habe ich schon gefüttert. Die Kraniche habe ich auch schon gefüttert. Das heißt, wir gehen mal ins Dojo. Oh, da ist was drin. Eine ist so ein Statue. Okay. Okay. So, großer Lehrmeister. Sieh an, wer da ist. Danke, grüßt mein kleiner Wolfsfreund. Was zu höhere, denn ich tue schon wieder. Kannst du dir nicht einen Ort aussuchen, wo du deinen Dojo betreiben willst und dann auch dort bleiben? Ich habe es doch gesagt, egal ob es eine einsame Insel in dem Welt des Meeres ist oder der kalteste, der kahlste Gepflensberg ist. Ich ziehe auf dem Weg des Kriegers durch das ganze Land. Wow, du bist das aber ganz schön ernst, Mann. Und dabei hatte ich gedacht, dass du dich hier ausruhen würdest. Dein Gesicht verhältst du dich total, wenn du zum Geschäftlichen kommst. Und was hat dich hierher gemacht? Du hast doch schon wieder meine Anleitung in der Kunst des Kämpfens. Ja. Zerbrechliche Objekte, die sich vorher nicht mit Rahmen zerstören ließen. Also die Technik hätte ich auf jeden Fall gern. Reposte. Meistere die Göttertechnik. Reposte und du kannst mit deinem neuen Trick angreifen. Heiliger Adler Manöver. Heiliger Adler Manöver, um Gegner zu schädigen. Ja, das können wir auf jeden Fall alles lernen. Spiegeltechnik, fünf Winde. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir 420.000. Und die Sachen kosten nur, ähm, weniger. Göttertechnik, Perlenköter. Göttertechnik, Schwerttanz. Schwert als Haupt- oder Nebenwaffen erhöhen die Angriffskraft. Das hätte ich gerne auf jeden Fall. Und ja, das hier sind 2 Millionen Yen für brauner Zorn. Ich meine, das hier sind 100.000 Yen gewesen, um goldene, was auch immer nochmal es war, zu weiß und das Gegner anpinkeln. Okay, wir fangen erstmal mit dem Wichtigsten an, dem Sturkopf. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Dojo zu trainieren. Aber ich muss dich warnen. Dieses Mal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah, oh. Ah. Müsst du mir darauf vorbereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Schritt ein und wir werden dich testen. Also ja, die 2 Millionen Yen zu sammeln für den Brau- für das Brau- äh, für die, ihr wisst schon was, ähm, das kann dauern. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Sturkopf trainieren. Nehm dir diese Tipps zu Herzen nicht daran, während wir trainieren. Sturkopf-Göttertechnik-Tipps. Schreck nicht zurück, drücke einfach linke Maustaste. Dein Kopf wird zu starr, nicht einmal Eisenblöcke können. Dich jetzt noch aufhalten, mit ein bisschen Übung entwickelt sich Sturkopf weiter und wird stärker. So ein stärker Kopf, lass nicht zu, dass dir etwas im Weg steht. Nun, hast du alles verstanden? Hast du die Erklärung verstanden? Ja. Ich gewähre dir diese Technik-Schriftrolle. Nicht sehen, wenn du vergisst das, was es heißt, ein Krieger zu sein. Technik-Schriftrolle. Diese Technik kann nur von dem Besten gemeistert werden. Es ist nichts, das man einfach so lernen kann. Du musst die vorausgesetzte Fähigkeit haben. Trainier, bis deine Muskeln schmerzen. Dann trainier noch mehr. Ja. Möchtest du die Tipps noch einmal hören? Hör gut, so merkt ihr, was ich sage. Ja. Nun hast du alles verstanden. Wenn du noch mehr Hilfe brauchst, dann prüfe ich die Technik-Schriftrolle, die ich dir gehabt habe. Diese Technik kann nur von dem Besten gemeistert werden. Es ist nichts, was man einfach so lernen kann. Du musst die vorausgesetzte Fähigkeit haben. Trainieren, bis dahin musst du die Schmerzen dann trainieren. Noch mehr. Mhm. Edge. Edge. Ja. Okay, wir haben den Sturkopf gelernt. Das ist schon mal gut. Du hast wohl genug, was? Wer zur Erfahrung mit deiner Fähigkeit zu gewähren ist wünschenswert, aber du darfst nie den Weg zur Selbstverbesserung verlieren. Ich bitte, dass du das nie vergisst. Nö, das tun wir auch nicht. Okay, was hast du noch, Meister? Äh, ich sehe, du bist noch immer hier, mein würfischer Schüler. Möchtest du weiter in den Kampfkünsten arbeiten? Ja. Reposte. Das klingt nach einem Konter. Oh, lernen wir ihn einfach mal. Also hast du dich dazu entschieden, dich weiter in der Kunst des Kampfes zu üben? Ich weiß, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Tore zu trainieren. Aber ich muss dich warnen. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah. Oh. Und wieder dreht er seinen Kopf. Wow. Bist du mit Tata auf Rom bereitet, dich der ultimativen Herausforderung zu stellen? Dreht ein und wir werden dich testen. Dann lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Kölper-Technik-Riposte trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und erinnere dich, während wir trainieren. Reposte-Götter-Technik. Drücke vorsichtig Shift. Wenn du das machst, dann weichst du den feindlichen Angriff nicht nur aus, sondern nutzt auch noch deinen Schwung. Und führst deinen Gegenangriff auf den Gegner durch. Nutze dies, um eine gefährliche Situation deinen Vorteil umzuwandeln. Nun hast du alles verstanden? Ja. Ich gewähre dir die Technikschrift, Freunde. Nichts, wenn du vergessen hast, was es heißt, ein Krieger zu sein. Hier. Diese Technik kann nur von dem besten gemeistert werden. Es ist nichts, das man einfach so lernen kann. Du musst die vorausgesetzte Fähigkeit haben. Trainiere, bis die Muskeln schmerzen. Dann trainiere ich noch mehr. Oh, diesmal gibt's Training. Also wenn ich jetzt durch Gegner durchdodge, dann mach ich ihnen Schaden. Das ist wohl genug, was? Hör zu, Wolf. Wir fangen deine Fähigkeit zu gewinnen. Ist wünschenswert, aber du hast nie den Winzer, dass du das nie vergisst. Gut, als nächstes den Falken und dann noch die Schwerttechnik. Äh, ich sehe, du bist noch immer hier, mein Wäscher, Schöner. Ja. Vierschnitt. Schwerttechnik. Göttertechnik, Schwerttanz, Perlenkette. Die Vierschnitttechnik hätte ich eigentlich auch noch gerne. Aber jetzt erst einmal... Göttertechnik, Heiliger, Falke. Also hast du dich dazu entschieden, ich wette in der Kunst des Kaffees zu ihm. Ich schätze, ich habe keine Wahl. Ich werde dir deinen Wunsch erfüllen und dir erlauben, in diesem Toto zu trainieren. Aber ich muss dich wahren. Diesmal werde ich mich nicht zurückhalten. Ah. Oh. Ist Metall vorbereitet? Ja. Lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik Heiliger Falke trainieren. Nehmen dir diese Tipps zu Herzen. Ja. Heiliger Falke, Göttertechnik. Heiliger Falke ist eine Weiterentwicklung von Heiliger Adler. Drücke Space, um zu springen, und drücke dann noch einmal, um höher zu springen. Heiliger Falke verbessert die Angriffskraft. Diese Technik macht aus seinem Sprung einen aggressiven und starken Angriff. Nun hast du alles verstanden? Ja. Ich gewähre dir diese Technik-Schriftrolle. Ja, dies die Technik-Schriftrolle. Diese Technik kann wohl von den Besten gemeistert werden. Es ist nichts, das man einfach so lernen kann. Oh ja, trainiere doch mehr. Also wenn ich das jetzt im Kampf benutze, dann kann ich da mit Gegnern im Flug Schaden machen. Das ist nicht schlecht. Ja. Ja, Selbstverbesserung, alles. Das kennen wir ja schon. Wir werden jetzt eh die ganze erste Folge nur am Trainieren sein von dieser Aufdome-Session. Ja, ja. Das kennen wir alles. So, jetzt hätte ich gerne erst einmal den Schwertanz. Ja, ich habe mich entschieden, ich will mehr trainieren. Yay. Ja, bist du darauf bereit? Ja, ja, tritt ein. Lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Göttertechnik-Schwerttanz trainieren. Nimm dir diese Tipps zu Herzen und nötig daran werden wir trainieren. Ja, Schwert. Rüste dich für diese Technik mit Schwerters Haupt- und Nebenwaffe aus. Beide Schwerte werden eine Vergrößerung der Macht unterzogen. Knurre drohend, während du die Feinde mit dem Schwertanz niedermachst. Nun hast du alles verstanden. Ja. Nur dann, ich gewähre dir diese Technikrolle. Lass sie. Ja. Verstehe sie mit deinem Körper wie mit deinem Geist. En garde. Gut gemacht. Yay. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Du hast mir deinen Kriegsgeist gezeigt. Du darfst diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainiere jeden Tag. Du kannst jetzt gehen. Zeige dieser verdammten Kreaturen die wahre Natur eines Kriegers. Ja, ein Knochen eben. So, dann gehen wir mal wieder und lernen als nächstes noch die Vierschnitte-Technik. Du hast wohl genug, was? Ja, ja. Und dann sind wir erstmal wieder ausgerüstet, besser kämpfen zu können. Ja, ja. Wir möchten trainieren. Lernen. Also, lass uns nicht dazu entschieden, dich weiter zu verbessern. Ja, ja. Ah, oh. Und jetzt dreht er wieder seinen Kopf. Lass uns mit dem Training beginnen. Wir werden die Schwerttechnik Vierschnitt trainieren. Dimmst du diese Tipps zu herzen. Vierschnitt Schwerttechnik. Drücke, um den Angriff zu beginnen. Drücke dann wiederholt schnell. Achte auf das Timing. Ja, hab alles verstanden. Okay. Äh, nur da nicht. Gib mir dir diese Technikrolle. Die ist sie, wenn du vergessen hast. Das heißt, ein Krieger zu sein. Verstehe sie mit deinem Körper wie mit deinem Geist. Anguarde. Ja, gut gemacht. Nicht schlecht, weiter so. Gut gemacht. Nicht aufgeben, streng nicht mehr an. So. Wieder weg. Ist alles, was du zu bieten hast. Nö, wir können noch mehr machen. Wir sind ja mal Terrasse über Pennen, bis der Dummy wieder steht. So, jetzt haben wir getroffen. Ja, lass den Kriegsrest hin leuchten. Und wieder gut gemacht. Das reicht jetzt. Sehr beeindruckend. Du hast mir den Kriegsgeist gezeigt. Und darfst du diesen Geist nicht vernachlässigen. Trainier jeden Tag um dich stärker. Du kannst jetzt gehen. Zeige diesem verdammten Kreatur die wahre Natur eines Kriegers. Jetzt dürften wir wieder einen, oder, jo, wieder einen M-Knochen. Danke. Ein bisschen Heilung vor dem zu kriegen, ist auch nicht verkehrt. Du hast wohl genug was. Hör zu, Wolf. Verfangen deiner Fähigkeit zu gewiss wünschenswert haben. Und auch sie den Willen zur Selbstverbesserung. Vergiss das nie. Ja. Ich darf die Willen zur Selbstverbesserung nie vergessen. So, das reicht bei erstmal für Kampfkünste. Wir haben ja wieder einen Haufen Geld ausgegeben jetzt. Aber jetzt können wir Sachen zerstören, die wir vorher nicht zerstören konnten. Nur Schneehaufen können wir immer noch nicht zerstören. Oh. Da ist jedes Mal eine andere Statue drunter. Das ist ja cool. So, das heißt, wir können jetzt den anderen Weg nehmen. So.